Herzlich Willkommen zu den DSA Nachrichten in 2 bis 20 Minuten deiner Nachrichtensendung rund um das schwarze Auge, die schwarze Katze und Aventuria. Ja, heute geht es um die Neuerscheinung, unter anderem das Rastolava der Mekum. Wir haben einige neue Vor-PDFs von Die Gunst der Göttin. Es wird ungeheuerlich. Es gibt eine neue Statue zu bewundern. Der Schelm bringt Ina Kramers Nachlass unter die Leute. Und wir haben natürlich wie immer auch die Vorausschau auf die nächsten Wochen. Ja, wenn du mehr Infos über die jetzt gleich gezeigten Produkte haben willst, dann schau auf hinter-dsa.de vorbei, da findest du alles. Und wenn du uns unterstützen willst, lass ein Abo da und klick auf die Glocke. Und schau auf hinter-dsa.de Support vorbei, da findest du alle Möglichkeiten, wie du das kannst. Jetzt auch ganz neu, wir sind bei Kofi. Das heißt, du kannst uns jetzt auf Kofi entweder einen Einmalbetrag dalassen, Buy a Kofi heißt das dann, oder auch die gleichen Level wie auf Patreon. Das heißt, von 1,11 Euro bis 15,15 Euro. Oder hier geht sogar auch mehr. Könnt ihr uns dalassen, um uns zu unterstützen. Wenn ihr das macht, dann natürlich vielen Dank dafür. Und jetzt viel Spaß mit den Nachrichten. Wie immer kommen wir zuerst zu den Neuerscheinungen. Und da haben wir das Rastula Vadimekum. Das ist jetzt erschienen Ende April. Zum Preis von 19,95 Euro. Ab jetzt im Handel oder als PDF für 11,99 Euro. Alle Infos unter den Links unten. Das gleiche gilt für die Stoffkarte Das Wüstenreich. Die ist für 19,95 Euro F-Shop exklusiv zu haben. Da gab es noch ein paar Kontroversen. Das ist auch noch nicht ganz geklärt. Die ist kleiner als die bisherigen Karten. Und auch kleiner wohl, als sie eigentlich sein sollte. Ich glaube, A3 statt A2. Ich halte euch da auf dem Laufenden, wenn es da Neues gibt. Dann gibt es Verschollener Anfahr. Die Neuauflage des DSR-1-Abenteuers. Oder die Remastered-Version besser gesagt. Für 12,95 Euro jetzt als Buch. Oder für 4,99 Euro als PDF. Dann haben wir die Acrylmarker. Schuppenkleid und lange Zungen Achatz. Ebenfalls Ende April erschienen. Zu Preis von 14,95 Euro. F-Shop exklusiv. Ich habe sie bekommen. Und leider ist es wie bei den vorherigen Acrylmarkern so. Die Scheiben sind schon irgendwie so vergilbt. Und die Drucke sind auch nicht so toll. Also ich bin nicht so ganz begeistert mit der aktuellen Qualität. Ich hoffe, das ändert sich jetzt künftig dann wieder. Ich muss mal gucken, ob ich die weiteren dann erstmal vorbestelle oder erstmal abwarte. Dann haben wir Schicksal und Verdammnis. Vierruhen. Ebenfalls Ende April erschienen. Für 14,95 Euro bekommt ihr die drei Würfel. Ein W20, zwei W6. Und die drei Chips, sowie das kleine Heftchen mit den Sonderregeln. Und das gleiche auch für E-Führen. Ebenfalls für 14,95 Euro. Auch hier habt ihr drei Würfel. Ein W20, zwei W6. Natürlich Eis. Und drei Chips. Dann ist ebenfalls noch erschienen. Die Padona-Miniatur. Für 7,95 Euro im F-Shop exklusiv. Und auch in der großen Variante für 39,95 Euro. Hier ein paar Eindrücke aus dem Vlog. Wie das Ganze dann aussieht. Und genau. Für 39,95 Euro sagt es glaube ich gerade schon. Ebenfalls sind jetzt die großen Miniaturen von Rohal, von Rakorium und auch von der Drojade Verhände. Für jeweils 39,95 Euro im F-Shop bestellbar. Die werden ja dann immer auf Anforderungen erst gedruckt. Dann gibt es Hexenreigen als Foundry WTT-Modul kostenlos. Das heißt, wenn ihr Foundry habt, ladet euch auf jeden Fall Hexenreigen runter und schaut euch das neueste Modul an. Das ist auch schon am 18.04. erschienen. Vielen Dank an VT-Tom für den Hinweis und auch für das Video natürlich, wo er das ausführlich vorstellt. Aber Achtung Spoiler natürlich, wenn ihr das anschaut. Dann haben wir auch noch das Fodenwerk Nummer 3 für DSK. Die Regelerweiterung Reiten und Kutschen ist für 1,99 Euro als PDF jetzt im E-Book-Shop erhältlich. Und dann kommen wir auch schon zur Produktvorschau. Und da haben wir zuerst der Reihers Gunst. Das soll ja jetzt noch im Frühjahr erscheinen, so im Juni wahrscheinlich. 9,35 Euro das Buch, PDF-Preis noch unbekannt. Und ja, wir werfen jetzt mal einen Blick rein. Und zwar erstmal das Inhaltsverzeichnis. Wir haben hier das obligatorische Vorwort. Dann haben wir ein Kapitel 1 zu den reihegefälligen Bräuchen mit etwa 20 Seiten. Dann haben wir Göttergeschichten mit 15 Seiten. Wir haben Orden und Kulte. Das ist so das größte Kapitel mit etwa 80 Seiten. Und dann auch noch Bräuche. Das sind auch nochmal 30 Seiten. Und dann natürlich noch ein Index, wobei der hier noch leer ist. Wir blättern jetzt mal durch. Und ihr werdet schon sehen, es ist stark bebildert, was schon mal gut ist. Es gibt aber auch hier wieder durchaus einige Seiten mit etwas viel Leerfläche, finde ich. Und Engo hat auch schon angemerkt, dass wohl die Fehlerhäufigkeit relativ hoch sein soll. Das heißt, es ist hier noch gar nicht klar, ob das ganze Buch überhaupt schon im Korrektorat war. Was natürlich schade wäre. Bellhanka ist auch mit drin. Das war wohl nicht angekündigt. Dafür hat schon der ein oder andere etwas ausführliche Punkte zu anderen Themen vermisst. Dafür habt ihr die Bellhanka-Karte dann aber drin. Wir müssen uns mal überraschen lassen, was da jetzt noch als Rückmeldung kommt, auch zu der Kritik, die da geäußert wurde. Und das erstmal so als erster Eindruck. Vielleicht habt ihr das Buch ja auch bestellt und könnt auch selber schon was zu sagen. Dann haben wir auch die nächste Abenteuer-Anthologie, nämlich Lotusblüten und Visionen. Die wird 19,95 Euro kosten. PDF-Preis noch unbekannt und soll ebenfalls dann auch im Juni erscheinen. Da will ich jetzt natürlich nicht zu viel spoilern. Wir haben das Gruppenabenteuer Süße Träume. Das ist ja von Alex Spohr. Das sollte auf DSA 5 umgewandelt werden, was auch passiert ist, und auch erweitert werden. Diese Erweiterung wurde aber auch von einigen Leuten schon vermisst. Da weiß ich auch nicht, wie der aktuelle Stand ist. Und dann haben wir noch Nachts auf dem Silberberg. Das ist dann ein Solo-Abenteuer, was ja mit dem anderen Solo-Abenteuer aus der anderen Anthologie verknüpfbar ist. Und ebenfalls auf dem Solo aufbaut wohl Auswege der Vereinigung. Hier nochmal der Klappentext. Es sollte ja auch noch ein 64-seitiges Solo-Abenteuer kommen. Das ist ja aber dann im Crowdfunding nicht mit drin gewesen. Da müssen wir mal gucken, ob das dann irgendwann auch nachgeliefert wird. Das sollte auch damit kombinierbar sein. Dann haben wir die Winterwacht. Ja, das Crowdfunding läuft bekanntlich vom 24.05., also kurz nach der CC startet es, bis zum 14.06. Und es wurde jetzt angekündigt, dass es am 20.05., also am Tag der Collectors Club Convention, einen Werkstattbericht geben soll, wo nochmal ausführlich darüber gesprochen wird. Mir war jetzt nicht ganz klar, ob das auf der Collectors Club Convention sein wird, also ein Programmpunkt, oder ob das dann ein Werkstattbericht im Blog sein wird, der an dem Tag dann online geht. Da müssen wir uns mal noch überraschen lassen. Ja, und dann kommen wir zum Eimer nach der Ungeheuer. Der ist nämlich jetzt angekündigt worden. Also es war ja schon, wir hatten ja auch schon spekuliert, wenn ihr den Fantalk mit der Produktvorschau gesehen habt, oder wenn ihr die Produktvorschau auf hinter-dem-schwarzen-auge.de verfolgt, dann ist das ja durchaus schon untergekommen, dass da ein Zoologie-Ingame-Band kommen soll, und der hat jetzt Namen, Eimer nach der Ungeheuer. Soll jetzt im Mai in den Collectors Club kommen, dann wahrscheinlich im August erscheinen, wahrscheinlich dann auch 29,95 Euro kosten, und ja, wir sind auf jeden Fall mal gespannt. Der Incanaria, Icanaria Schmetterling ist wohl mit drin, und dann auch noch auf 160 Seiten weitere Ungeheuer. Wahrscheinlich dann wieder so um die 60 Stück. Dann gibt es ja den Kodex der Kräutern demnächst, und da wurde jetzt angekündigt, es soll auch kurzfristig jetzt noch ein Acrylmarker-Set, dann hoffentlich wieder in ordentlicher Qualität geben. Auch das wird dann im Mai im Collectors Club sein, wahrscheinlich dann im Juli erscheinen, und eventuell auch 14,95 Euro kosten, aber es sind wohl nur zwölf Marker drin, nämlich nicht von Kräutern, sondern von Kreaturen, die damit zu tun haben. Ihr seht das hier. Ja, also vielleicht wird es auch etwas günstiger, wenn es wirklich nur die zwölf Blibs dann da drin sind. Dann haben wir noch gehörnte Gefahren. Da gibt es einen Werkstattbericht jetzt zum dritten Abenteuer. Die ersten beiden hat hier in der letzten Nachrichtensendung schon verkündet, und auch Feenkrieg hat jetzt einen Werkstattbericht bekommen. Das Abenteuer wird erscheinen im Juli zum Preis von 19,95, ist aktuell im Collectors Club vorbestellbar. Und auch dieses Abenteuer wird ein Blibset bekommen, das wahrscheinlich dann auch im Mai im Collectors Club ist und dann im Juli erscheinen wird. Vielleicht dann auch 14,95 Euro kostet. Und ja, im Discord wurde die Frage gestellt, wie denn der Minotaurus, der da drin sein soll, aussehen soll. Soll es eher das rechte oder eher das linke Bild sein? Also der Kopf davon. Ich weiß nicht, ob man noch abstimmen kann, aber ihr könnt ja mal gucken. Dann war der Smilp auf der Spieldorchen Dortmund, und er hat dieses Foto geschossen. Und wer genau hinguckt, der sieht hier eine neue Miniatur, oder Statue, besser gesagt, nämlich Travia, da im Hintergrund, links in der Mitte. Und ja, das ist das erste Bild von Travia. Könnte sein, dass sie auf dem Collectors Club, auf der Collectors Club Convention, dann zum ersten Mal auch kaufbar ist. Kann aber auch sein, dass sie hier wieder in den Collectors Club zur Vorbestellung kommt. Oder ich glaube, das letzte Mal war sogar nur im F-Shop vorbestellbar. Der Preis wird wahrscheinlich wieder bei 160 Euro oder sogar höher liegen. Und ich gehe auch wieder stark von einer Limitierung von 100 Exemplaren aus. Was mit den unlimitierten Götterstatuen ist, da gab es noch keine Info dazu. Die sollen aber ja auch noch kommen. Dann haben wir die Miniatur von Razzazzor. Der sollte ja eigentlich im April erscheinen. Jetzt ist dann aber kurzfristig verkündet worden, dass er doch erst im Mai ausgeliefert wird, weil man doch alle auf einmal ausliefern will. Es wurde ja schon gesagt, wenn man die im April ausliefert, dann wird man nicht alle schaffen können. Das heißt, da müssen wir uns noch einen Monat gedulden. Der Michael ist wohl im Moment mit den ganzen Bestellungen von Großminis ziemlich überfordert. Die sind also gut nachgefragt. Ja, und ebenfalls der Collectors Club Würfel, den man ja für 50 CC Saisonpunkte bekommt. Und auch die Sammelmünze für 75, die wird es erst im Mai geben. Da habe ich in den Kommentaren vom letzten Vlog mal nachgefragt. Und das war so die Aussage. Ja, also wir hoffen mal, dass die dann im Mai mit versandt werden. Dann gibt es noch ein neues vom Schelm. Der hat nämlich in der letzten Schelmschau 120 verkündet. Er hat ja dieses Riesenkonvolut aus Ina Kramers Nachlass. Die ganzen Abenteuerboxen und so weiter. Und da ist jetzt klar, wie die unter die Leute gebracht werden. Und zwar auf der Radcon wird es wahrscheinlich einen eigenen Programmpunkt geben. Das heißt, vom 11. bis 13. August habt ihr die Möglichkeit, auf diese ganzen Produkte mitzusteigern. Ihr könnt aber wohl, auch wenn ihr nicht vor Ort seid, beim Schelm schon vorab ein Gebot einreichen. Aber da wird es noch mal Infos geben. Folgt da einfach dem Schelm und schaut auf jeden Fall. Die Schelmschau ist sowieso generell zu empfehlen. Ja, das war es mit der Produktvorschau. Jetzt kommen wir noch zum Fanwerk. Es gibt nämlich auch ein neues im Skriptorium. Und zwar haben wir da einen Stadtplan von Tyrakos in verschiedenen Auflösungen bzw. verschiedenen Varianten mit und ohne Beschriftung. Und das ist von Kerstin Driessen. Den Plan kennt ihr vielleicht schon. Der war nämlich in Verhandlungskunst und Friedensschuhe. Wir haben es damals auch im Fantalk exklusiv zum ersten Mal gezeigt. Da hatte der Christian Nehling die mitgebracht. Und die könnt ihr jetzt für Pay What You Want erwerben, wenn ihr die zum Beispiel im VTT einsetzen wollt. Dann gibt es noch von Iberoth für Foundry WTT für 3,50 Euro. Dieses Kartenset, das ist von Tobias Luthard. Und ja, wer Foundry WTT nutzt, schaut mal rein. Dann, wir hatten schon ein paar Mal drüber gesprochen. Es gibt jetzt die Aventurische Mode. Das wird jetzt wohl regional veröffentlicht mit immer so 20 Seiten. Wir haben bis jetzt Undergast kostenlos mit 22 Seiten. Und wir haben die Zyklopeninsel mit 18 Seiten ebenfalls kostenlos. Könnt ihr euch jetzt im Scriptorium herunterladen. Dann gibt es noch neue Wissensdateien von Tauben Kühl. Nämlich von Hacint für 1,50 Euro. Von Krittonsch. Wer auch immer das ist, habe ich noch nie gehört. Muss ich ehrlich gesagt gestehen. Von Zah, ebenfalls für 1,50 Euro. Achatschamanen für 1,50 Euro. Und Krissirsch. Die haben ich zumindest alle schon mal gehört, die anderen. Für ebenfalls 1,50 Euro. Ja, das gibt es Neues im Scriptorium. Schaut da gerne mal rein. Und dann haben wir natürlich noch das DSA-Wetter mit dem Ausblick für die nächsten Wochen. Auch hier wieder, lasst gerne ein Abo da. Klickt auf Abonnieren und natürlich aktiviert die Glocke. Und wenn ihr es als Podcast hört und seht und es euch gefallen hat, dann lasst auch gerne ein Abo da. Ja, die nächsten Wochen haben wir noch die ausstehenden VTT-Module für Roll20, die Studie, die Stube der Gildenmagie und das Aventurische Elementarium, die ja jetzt irgendwann demnächst dann auch freigeschaltet werden sollten. Die sind wohl schon etwas länger da in der Warteschleife bei Roll20. Das dauert ja immer. Dann haben wir das Geheimnis der Zauberschüler für Foundry, was demnächst dann noch erscheinen soll. Das Geisterkrokodil und der Aventurische Brutus 118 sollten eigentlich auch Ende April schon erscheinen. Die sind aber bisher noch nicht im F-Shop. Also auch da warten wir mal noch. Ihr könnt sie allerdings schon als PDF herunterladen. Guckt auch gerne mal in die erschienenen Produkte auf hinter-dsa.de vorbei. Dann haben wir jetzt noch das Ende der Collectors Club-Welle. Die läuft noch bis zum 7. Mai und danach werden dann auch die VPDFs vom Kodex der Kräuter gehörnte Gefahren und das Geheimnis der Zauberschüler Heldenpack veröffentlicht. Vielleicht sogar auch von dem Würfel-Set. Das werdet ihr dann entsprechend in den nächsten Nachrichten dann sehen. Und die nächste Welle des Collectors Club wird wahrscheinlich dann so um den 12.05. starten. Die Mai-Welle, ein paar Produkte, den Eimer nach der Ungeheuer, die Blip-Set und so weiter, haben wir ja eben schon besprochen. Und mit dabei wird dann wahrscheinlich auch, wer fehlt jetzt noch? Filiasson, Leudara ist dann dran. Ja, und auch die nächsten DSA-Nachrichten in 2 bis 20 Minuten wird es wahrscheinlich so um den 14.05. herum geben, weil die Woche danach ist ja die Collectors Club-Convention. Ich will dann auf jeden Fall nochmal alles an Nachrichten abarbeiten, bevor ich zur Collectors Club-Convention fahre. Denn die CCC ist am 20.05 und ich will dann versuchen, am 21. oder 22. auch alle News zusammenzufassen und euch dann brandheiß zu präsentieren. Und ich plane auch noch einen Fan-Talk, wo wir dann in kleiner Runde dann über all die News, die es dann da hoffentlich gibt, sprechen werden. Das heißt, stay tuned. Und ja, das war es dann für heute. Ich wünsche euch einen guten Start in die Woche, vielleicht noch einen schönen Feiertag, wenn ihr es heute am 1.05. noch seht. Und bis dahin, dein und euer Gernot. Ciao, ciao. Vielen Dank auch an meinen Co-Host und Co-Mod Adrian, an die grafische Unterstützung durch Eloquent Erlenfold, unsere Patrone und Co-Fies, die unsterblichen Munix und Dennis, die göttlichen Albrex und Benjamin Barr, den allwissenden Kirill, die wissenden Meister F, Tengiel und Jaime, die halbwissenden Gwinnern, Fuxi, Asatun und Frogfencing, die neugierigen Skodus Paligan, Grimtorox und Thama, sowie alle unsere Twitch-Abonnenten und alle, die über unsere Partnershops einkaufen. Vielen Dank, ihr macht das möglich.